Und am Ostersonntag, da ist die Fastenzeit dann auch wirklich ganz offiziell vorbei. Ein gutes Glas Wein zu dem, was der liebe Julian heute für uns macht, kann kein Schaden sein. Hallo noch einmal. Birgit, jetzt geht's los. Jetzt geht's los. Einen Osterschinken im Brotteig machst du für uns. Was Klassisches, aber was wirklich Wunderschönes. Wir verbinden zwei Lebensmittel, die immer gut zusammenpassen. Gutes Brot mit einem wunderbaren Schinken. Du arbeitest da schon am Teig. Was ist das für ein Teig? Die Geheimzutat von jedem Brot ist ja immer Zeit. Deswegen habe ich beim Teig schon etwas vorgearbeitet. Klassisches österreichisches Bauernbrot, Roggenmehl, Weizenmehl und das typische Gewürz aus Kümmel, Anis, Fenchel und Koriandersamen. Das typische Brotgewürz. Du knetest logischerweise natürlich immer den Brot weg. Auch machst du das mit der Hand oder sollen wir das in der Maschine machen? Das kommt darauf an, wen du fragst. Wenn ich Zeit habe, wenn ich entspannen möchte, ist von Handknitten natürlich angenehm. Aber wenn ich viele Sachen gleichzeitig ab in die Maschine und auf den Knopf drücke. Also geht auch. Beides funktioniert. Und der muss dann rasten eine Zeit lang. Wie lang? Ich habe einen schnellen Vorteig gemacht. Der geht über Nacht. Und der Hauptteig braucht nur zwei Stunden zum Aufgehen. Wenn man den Teig anfasst, der ist super einfach zum Arbeiten. Ich kann da ziehen, so viel ich möchte. Also perfekt zum Einwickeln. Du hast ja da schon fest gearbeitet. Ich tue da nebenbei weitermachen. Wir haben ja zwei Brote zu machen. Einfach den Schinken einwickeln und danach einfach schön rund schleifen. Also alle Handwerker kennen das ja. Was man mit Schleifpapier macht, geht in der Küche auch. Man nimmt das Brotstück und schiebt es schön hin und her. Damit der Teig dann nicht reißt. Damit er nicht reißt und damit wir keine Löcher haben. Man kann da jeden Schinken nehmen, der einem schmeckt. Man kann was Großes machen für die Großfamilie oder auch für einen Ein- bis Zwei-Personen-Haushalt. Dann bastelst du gerade so ein kleines, kleineres Stück. Wir machen gleich beide. Für den Großen und für den Kleinen Hunger. Du, nochmal kurz zum Schinken zurückzukommen. Beim Kauf. Muss ich da auf was Besonderes achten? Man kann verwenden, was einem schmeckt, ein Teilsames an beiden Schinken. Einfach auf die Größe achten. Oder ich kann ja den Schinken auch klein schneiden. Ich muss ja nicht das ganze Stück nachher in den Brotsteig einwickeln. Du machst jetzt ein Kunstwerk daraus, Sieg. Das Essen ist ja eigentlich super einfach. Deswegen mache ich es auch etwas raffinierter. Ich habe einfach zwei Teigstücke gemacht und die flechte ich einfach ganz nett ein. Man kann das so einfach machen, wie man möchte, aber man kann es natürlich auch in ein Stritzel einflechten. Und du glaubst, wenn ich diesen Teig machen würde, würde der auch so funktionieren und der würde man nicht reißen? Du hast sicher als Kind einmal oder für die Anna Zöpfe geflochten. Das ist sehr ähnlich. Du hast geschont, aber ob der Teig so gut funktionieren würde. Du siehst, schau, der Teig, der ist, der kannst du tanzen damit. Seilschnurr springen. Also wirklich dankbar. Deswegen mische ich Roggen- und Weizenmehl. So habe ich den kräftigen Geschmack vom Roggenmehl. Aber durch den Weizen ist es leicht zum Formen. Du siehst, meine Hände, die sind eigentlich auch relativ sauber. Es klebt sehr wenig. Also wirklich angenehm zum Vormachen. Und diese Zöpfe fügst du dem jetzt einfach so hinzu? Die Zöpfe sind rein dekorativ, je nachdem, wie viel Platz ich hier habe. Aber davor, dass es noch schöner wird, dass wir eben die schönen dunklen Stellen vom Brot haben und das Weiße einfach schnell einfärben mit Mehl. Dann bauen wir den ein und dann ist das erste schon fertig. Und dann machen wir unser Abendessen für uns beide. Das große Stück. Das ist fürs Team. Das kommt jetzt dann natürlich logischerweise ins Backort. Zu welcher Temperatur? Wie lang? Worauf muss ich achten? Also ich fange immer an bei 250 Grad zum Anbacken, dass das Brot einmal schön in die Höhe geht. Und nach 15 Minuten, Achtung, dass er nicht wegfliegt, nach 15 Minuten drehe ich es runter und dann backe ich es bei 230 Grad fertig. Fertig heißt, wie lange noch ungefähr? Das hängt davon ab, ob ich eben so eine ganz kleine Portion mache. Das ist nach 30 Minuten fertig. Aber das große für so ein Kilo Fleisch, da braucht man schon 50 bis 60 Minuten. Weil der Schinken gibt ja auch ein bisschen Feuchtigkeit ab von innen dann wahrscheinlich. Das ist ja das Schöne. Das Brot ist quasi von innen herein super saftig. Ich kann es kalt essen, warm essen und mit allen möglichen Soßen. Aber wir sind ja noch beim Flechten. Wir sind noch beim Flechten. Du machst ja, also wird das eine Herzerlform am Ende sogar. Na bitte. Ein kleines Brothert, also das ist wirklich eine super Portion für ein bis zwei. Es muss nicht immer das Fußballteam zum Osteressen kommen. Aber wenn man zu viel hat, das kann man gut ausfahren, oder? Das kann man ja ein paar Tage nach Ostern auch nicht essen. Das kann man warm essen, kalt. Ich nehme einfach das Ganze zudecken und ab in den Kühlschrank. Sehr schön. Du hast schon gesagt, die Soßen, die sind natürlich auch wichtig. Bärlauch sehe ich da. Spargel, also die Saison wieder. Die Bärlauch-Saison, der Spargel kommt. Jetzt machen wir mal einen fliegenden Wechsel. Das eine kommt. Klingelingeling, im Fernsehen geht das ja alles super schnell. Wenn es nur zu Hause so leicht geht, oder? Die halbe Stunde ist auch schon fertig. Also so sieht jetzt unser Osterbrot aus. Richtig schön saftig. Dann schneiden wir es mal an. Du, und die Soßen, ja, auch so eine Bärlauch-Topfengeschichte, was auch immer. Also auch da, je nachdem, wie viel Zeit ich habe. Ich kann von einem Erbsenpüree super schnell. Ich kann einen Frischkäse mit Bärlauch machen. Ich kann einen Spargel dazu kochen. Ich kann Bratkartoffeln oder alles, was mit Eiern zu tun hat. Die sind ja schon fertig. Dann schauen wir mal, ob es auch gut geworden ist. Also es hört sich gut an. Knusper, knusper. Ich glaube, der darf bleiben, der Osterschenkel. Das duftet auch schon sehr schön. Großartig. Also man sieht, ich glaube, unser Abendessen ist bereit. Schöne dir dann ein Foto, wie das ausgestellt hat. Auf alle Fälle. Ich freue mich auf das Foto für danach. Danke, lieber Julian. Danke dir.